Was war das? Oh mein Gott, haben die mit der Bazooka auf uns geschossen? Ich hab keine Ahnung. Fuck, fuck, zurück, 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 zurück. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle. Mit mir und dem Lovely Potato. Oh Gott, war das grad ne Zungenabspackung, Dinger. Wir haben letztes Mal die Affenbande gesucht, wir rennen zurück Nicht da reinfallen Ja, wir rennen gerade irgendwie zurück wieder Ja stimmt, wir müssen weiter in die Richtung Und da essen schicken Also wir haben auf dieser Reise auf jeden Fall mehr Essen Als je zuvor gefunden Ja, als alle anderen Teams zusammen Denke ich mal, die haben sich aber auch beschwert, dass sie kein Essen haben Ja, aber das ist ja auch echt unnormal gewesen Wie schnell man hier Hunger kriegt Oh, ich habe übrigens nur noch drei Hungersbalken Ich sollte mal was essen Du solltest das allgemein immer ab der Hälfte schon Beziehungsweise es immer ziemlich voll halten Weil sonst regenerierst du kein Leben Alter, mit zwei Gebratenen Direkt voll Läuft Jetzt laufen wir schon wieder in die Richtung, Hume Nee, ich gucke gerade hier, ob hier vielleicht irgendwas ist Weil hier die ganzen Bäume sind Die Schafe gucken mich an Oh, wie süß Ich glaube, das Okay Ich werde auf ihn anzugucken Oh, guck mal Nooo, okay Ah, der kam eigentlich auf die blöde Idee am ersten Januar aufzunehmen Nur weil du ein Alkoholiker bist Das können die Abonnenten ruhig wissen Da ist irgendwas mit Holz gebaut Oder mit Erde Auf dem Berg Vielleicht ist es ne Ich glaube nicht, dass das da hingehört Ich glaube nicht, dass das da hingehört Ich glaube nicht, dass das da hingehört Ich glaube nicht, dass das oben rechts Also wie, seit wann ist auf dem Berg Okay, es ist Erde Aber wir wollten hier eh auf den Berg hier rauf Ach ja, wer ist wieder zu langsam Der gute Alex Natürlich der gute alte Topra Topra aka Alex the Boss Da unten ist einer Da ist einer, da ist einer Wo, wo, wo? Da, da Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Warte, ich komme runter, ich komme runter Sneak, 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 sneak Wo bist du? Ich sehe sie, ich sehe sie Ich sehe sie Ja, ja Sind das beide? Ja, das sind zwei auf jeden Fall Bei dem gigantischen Baum, ne? Ja Ich glaube, die haben uns 100 pro auch gesehen 100 pro Nee, 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 nee Doch Haben die, sie sneaken die? Ja Also ich sehe die Namen nur ganz klein Wo bist du denn? Ich bin jetzt, ich komme Ich stehe hier am Eck so Hä? Ich will jetzt nicht vorlaufen Weil ich habe Angst, dass du mich da sehen Alter, mein Herz gerade so Pfff Warte Oh, ich habe gerade meine Titte angefasst Okay, ich laufe ein Stück vor Nein, 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 nicht alleine Nicht alleine Ich weiß nicht, wo du bist Solange ich nicht Soll ich dir meine Koordinaten geben? Warte, warte Ich sehe, ich sehe Dominik Ich sehe Domse Und ich sehe Janik Die haben uns nicht gesehen Die haben uns nicht gesehen Das ist doch gut, Alter Die fahren ganz normal weiter Ja, komm Ich gebe dir jetzt meine, meine Koordinaten Nein, warte, warte Warte, Domse kommt, Domse kommt Der kommt auf uns zu Der kommt auf uns zu Ja, wo soll ich denn hin? Obwohl, warte Nee, der geht in deren Höhle Hast du Was war das? Oh mein Gott Haben die mit der Bazooka auf uns geschossen? Ich habe keine Ahnung Fuck Fuck, zurück, zurück, zurück Komm, einfach wegrennen Wegrennen, wegrennen, wegrennen Einfach zurück, einfach zurück Ach, da bist du Du hast es auch geteuert Als ob die irgendwas Eine Rakete geschossen haben oder so Irgendwie so hat sich das angehört Nee, die haben Bazookas Nee, da gehe ich nicht rein Never Weg, weg, weg Mach doch die Dinge weg Oh, oh Bin da Die haben ganz normal weiter abgebaut Oh Gott Was haben die auf uns geschossen? Ich dachte gerade Wir werden Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob die geschossen haben Natürlich Was sollen die denn sonst geschossen haben? Oh mein Gott Alter Wir farmen jetzt Diamanten Okay Wir machen das jetzt so Alter Ja, komm Wir wissen, wo deren Basis ist Ja, ungefähr Ja Mit Glück haben sie uns nicht gesehen Ach, scheiße Warte, warte, warte Ich mache einen Waypoint hier Ja, mach Ich wollte gerade sagen Jetzt habe ich keinen Waypoint gemacht Das hätte ich vielleicht machen sollen Also Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen Das ist nochmal plus Ja Aber der Berg war mir wichtig Von da oben können wir alles sehen Ich weiß, wo die Basis Wir müssen jetzt zurück Die haben Bazookas, Digga Die haben Bazookas Ja, aber Ich glaube nicht, dass die uns gesehen haben Was sollen die denn sonst Pass auf Hier ist eine Schlucht Was sollen die denn sonst Auf uns geschossen haben Ja gut, oder? Die haben halt unsere Namen Auch wirklich gesehen Obwohl wir ja beide gesneakt haben Das siehst du nur ganz klein Das ist richtig übel Also nein, sneaken kannst du durch Wände Gar nicht sehen OpenGL Problem Schnell, rein, 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 rein Dieses Problem, ne? Ich lauf mal weiter, wa? Ja, ja, ich find ja unser Zuhause Oh, fuck Wir werden eigentlich alleine rumlaufen Jetzt richtig blödisch Ja, vielleicht triffst du auf die anderen beiden Das wär nicht so toll Also wir Wenn wir auch gleich nach der Folge Wieder miteinander schnacken Du sagst nichts Nö, ich sag gar nichts Ich deute's nicht mal an Weil Ding hat's ja damals angedeutet Ähm, Dölit Ja, das ist aber Schwachsinnig Das ist lustig Wenn die wissen, dass wir wissen, wo die sind Dann wissen wir, dass wir einen großen Na egal Boah, ich dachte gerade scharf wäre jemand, Alter Dahin wirst du Also das Ding ist Die haben halt ganz normal weiter gefarmt Aber auf einmal War Domse am Sneaken Und ist dann auch Ich vermute schon, dass der unsere Namen gesehen hat Wahrscheinlich als ich um den Berg rumgeguckt habe Ich stand halt aber gerade auch echt am Berg Und hab nicht damit gerechnet, dass ich die sehe Weißt du, ich bin halt wie ein junger Hüpfer da hochgelaufen Was denn? Wieso, ich meine Ich bin da wie so ein junger Hüpfer hochgelaufen Oh Gott, bin ich gerade erschrocken, Alter Du hast gerade bei mir voll geleckt Du warst noch neben mir Und dann auf einmal vor mir Ich dachte, das wäre jemand anderes Alter Ja, das Ding ist Wenn wir jetzt auf dem Rückweg Wir müssen Ich würde sagen Wir gehen außen rum Ich würde sagen Wir passen einfach mal auf unseren Arsch auf Dö Ich habe gerade voll Panik gehabt Als ich dieses Dieses Raketengeräusch Ich weiß nicht Das hat sich angehört Ich weiß nicht Warst du mal in der Hölle bei Minecraft? Naja Ähm Das sah halt aus wie Ähm Äh, nicht das sah aus Das hat sich angehört wie Ähm Oh, es wird wieder dunkel Ich muss den Shader ausmachen Das hat sich angehört wie Nö, das ist gar nicht gut Wie, ähm Die Diese Gar Nicht Gas Doch, wie diese Gasts Wie diese Feuerbälle schießen Mhm So hat sich das angehört Ja, ich sag ja Das hat sich angehört wie Genau Als ob da eine Rakete vorbeigeflogen ist Ja Sag mal Jetzt geh doch da hoch Du Spacken Den White Point hab ich auf jeden Fall markiert Für die Base Das Ding ist, wenn wir Glück haben Und die haben uns wirklich nicht gesehen Dann Ich drehe noch durch Jetzt sehe ich gar nichts mehr Ach, bewegt dein Arsch jetzt Wenn die halt Wenn wir die halt wirklich nicht gesehen haben Die uns Nicht gesehen haben Dann, ähm Haben wir halt Einen immensen Vorteil Dass wir Einfach mal wissen wo die sind Aber die nicht wissen wo wir sind Warum sind da fackeln Warum sind da fackeln Ach, waren wir Ja, wir waren hier Mein Minecraft hat gelaggt Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin Ja, ich hab's gesehen Du bist einfach stehen geblieben Der Creeper Juckt mich nicht, Yolo Hab ich den Action in die Folge bringen Jaaa Hatten wir ja noch nicht genug Nein Quatsch Gott, weg, Alter Ich will schnell nach Hause Wie weit ist unser Homerino entfernt? Ich hab keine Ahnung Warte, ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen Ich glaub, vielleicht sehe ich es so besser Okay, nee Ich hab grad wieder ein Kompliment für mein Septum gekriegt Oh, das Septum steht hier Ich so, ach, dankeschön Äh, nö Kommst du hier hoch? Ich hab aber auch Angst, auf die anderen beiden zu treffen Jetzt gerade Irgendwie hab ich grad voll Paranoia Hm, ich vermute aber eher, dass die auch noch in der Nähe sind Bei denen In der Richtung Okay, noch Da ist unser Wald Das Problem Wir sind Homerino, Dinger Ja, Alter Gott sei Dank Das Problem ist halt, dass Dölit und, äh Ja, Sparic ist der andere, gell? Ja, genau Ja, dass die halt wissen, wo unsere erste Base war Und uns jetzt jederzeit besuchen kommen können Und wir sind nicht arg weit weg davon Wow, Zombie Hinter dir, pass auf Hä? Warum machst du nix? Bleib halt einfach stehen Okay Du hast ein Skelett Ja, aber lass einfach vorbeilaufen Ich will einfach zum Haus Hoch Da alles Nein Nicht springen Wenn das Skelett dich trifft, dann fällst du da runter Ich hab's gesehen, Alter Du hast grad so drüber geschafft Zwei Creeper Weg, 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 weg Drei Creeper sind hier bei unserem Haus Ei, ei, ei Ich dachte gerade, so ein Setzling wäre ein Creeper Nein, nein, bleib du weg Ich kümmere mich um alle drei Ja, Entschuldigung Nur weil ich bei dem einen bisschen Scheiße gebaut hab Oh, ich brauch was zu essen, Mann Äh, ich esse mal das rohe Hühnchen Ja, boah, das hat ja echt viel gebracht Hast du noch Essen? Ich hab alle drei getötet Und keiner ist hochgegangen Ich hab zwei Schwarzpulver gekriegt Okay Hast du irgendwie noch Essen? Zufällig? Ähm, ja Wenn du hochkommst, kriegst du was Ja Also, wenn du mir jetzt Rottenfleisch gibst Dann Ne, okay, danke Alter Uh, auf einmal schießen Die, warte mal Ich muss mal ganz kurz an das Skype Oh, fuck, ich hab die Skype schon wieder zu Die kommt hier mit den Mit den Kistenbox Mit dem was? Ähm, die Boxen Wegen dem Lapis Lazuli Achso Wir haben ja schon zwei Ja, aber die Ich guck trotzdem nochmal nach Ich lösche mal kurz unseren Waypoint Weil ich kurz, ähm, wissen möchte Ob man unsere Base sieht Ja, man sieht schon so ein bisschen Ähm, wie etwas gebaut ist Wir müssen hier mehr, ähm Mehr Blätter Du kannst hier übrigens Einen Bogen machen, wenn du willst Oder soll ich den machen? Ja, mach du den Alter, hat mir das gerade Herzklopfen gemacht Ey, diese Folge, ohne Scheiß Hier, bitte schön Ich hab's dir hinge... Okay, du rennst runter Entschuldigung, Bruder Ich komm wieder hoch Hab ihn Ja, okay, okay Ähm, kannst du mal... Hast du eine Schere? Ne Nein, wir konnten doch keine machen Weißt du's nicht mehr? Doch, ich hab doch... Wir hatten doch eine Ich baue hier so ein bisschen ab Du kannst keine Dinge so abbauen, ne? Ich will aber Warte, ich geh mal kurz an den Strand Zu unserer Box Warum fällst du runter, Digga? Okay Da ist die Schere Achso, oh Mann So ein Mini-Zombie Die hören sich voll böse an die Viecher Oh, der hat dann eine Karotte Cool Sehr gut Also wir wissen auf jeden Fall aus welcher Richtung Domse und Janik kommen Die kommen könnten Also ich glaub, gefolgt sind sie uns nicht Ne, ne, ne Dafür waren die zu sehr mit Farmen beschäftigt What the fuck Was ist das, ein Pilz? Oh mein Gott Was? Guck mal hinter dir, hinter dir, hinter dir Du Ficker Oh ja Irgendwann muss ich dich töten, tut mir leid Wir müssen ein Teamleben verlieren Ja, jetzt heißt es eh wieder, dass du baust und ich einfach nur drum rumstehe Ja, dann farm doch ein bisschen oder so Ja, aber was denn? Ich weiß nicht, den gigantischen Erdpenis Jetzt Wir müssen hier ernst bleiben Okay, den gigantischen Das Diamant Das ist für ein hässlicher Zombie, Alter Wo denn? Da, direkt geradeaus Das ist eine Hexe Oh Aber schön Egal, ich wollte jetzt nicht hinrennen und die töten Ja, ja, das ist besser so Wenn die dich einmal mit dem Getrank trifft, dann bist du richtig im Arsch Ich weiß, da musst du dich einbuddeln, ja Ja, wäre am besten, ne Da kommt immer die Treppe hoch Das bist du Wie wir uns die ganze Zeit gegenseitig erschrecken Das war ein Spaß Ja, ja Schere dich Ja, sammel doch die Blätter noch ein, die ich dir aufgesammelt habe Hier Wo hast du die her? Seit wann hast du eine Schere? Ich habe keine Schere, ich habe die einfach reingesammelt Achso, ja, weil die Ich dachte mir, ich möchte auch einen Beitrag leisten Also auf der Minimap würde das hier auf jeden Fall nicht auffallen Gut Guck mal, mach mal, drück mal den Punkt für deine Minimap Ja, ähm, waypoints Äh Ja, hab mal ausgemacht Ja, nö, fällt nicht auf Das sieht man überhaupt nicht Das fällt auch von außen so Wenn man nicht drauf achtet, würde ich da nicht drauf kommen Ich würde mir jetzt, jetzt würde ich mir gerade wünschen, dass die Folge vorbei ist Du nicht? Du wurdest, äh, du bist abgeschossen Ja, ja, von einem Skelett Okay Oh Gott Asperic oder Ja, genau Sicherlich Ich schwöre euch, ich erstelle dir so ein Thumbnail ohne Scheiß Folgenende, jawohl Also Ja, warte, warte Ich mach dann immer so Third Person und so Damit wir uns angucken Ja, gut Oh, oh, oh Haut rein, bis zum nächsten Mal Wenn's wieder heißt Schlechte Unterhaltung Penis und, ähm Kaloffelsalat Diamanten Tschüss Tschüss